Looten Lassen wir den jetzt zurück, oder wie? Ach Scheiße Und hier Nein E drücken Verdammt Hier schon wieder Ich gehe mal lieber hier rüber Scheint mir ein elegenterer Weg zu sein Ich bin hier dabei Ich gehe in die Richtung Also runter hier Ich brauche Hilfe Ich brauche Hilfe Oh nu Springen würde ich sagen Hier gibt es einen Schatz drum So etwas wurde von Schreibern am chinesischen Kaiserhof benutzt Aha Eine kleine Gravur deutet darauf hin, dass es Eigentum eines kaiserlichen Botschafters war Für die genauere Untersuchungsrichtungen habe ich selten Zeit Oha Hier liegen immer fette Kanonen rum Ich brüche mal ein paar Pfeile Mit einem Feld kann man nicht viel bewirken Ich habe das noch nicht gezogen Ich bin noch auf dem richtigen Kurs Mehr oder weniger Er plüscht dir Was ist wohl deinem Besitz hat zugestoßen Das ruck Auf dem Schild ist ein Name Millie Millie Nicht den Hasen Ruck gucken Na komm Und rauf Und lass bleiben Ging mir jetzt hier zurück oder was Ich habe fast den Eindruck Das ist ein neues Lager Das können wir doch bestimmt hier Flockende Sehne, ich will den Abpallenpfeiler. Tja, wir werden was herausfinden. Der Strom ist noch da. Wie kann das sein? Das klingt ja grausam. Wir müssen uns einen Weg über dieses Wasser gehen. Ja, sonst werden wir nur gegrillt. Nur hineinfallen. Wummel, wenn man kann. So, was nun? Oho. Vorsichtig. Wummel, ich weiß nicht, ob ich das will. Okay. 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 Aha, damit wir nicht nur durchschauen. Okay. Okay. Ah, ich hab ne Idee, die Klammkönster. Oh, dieses große Geräusch. So, komm her. Jetzt auf dem Boot selbst. Ne, ich noch mal nicht. Wenn wir das da drüben haben, können wir vielleicht von da drüben aus... ...ja, komm. Und wir wollen jetzt hier... ...ja, komm. Oha. Knappe Geschichte. Versuch mal was. Aha, da können wir durchs Wasser. Oha. Das kann ja noch schief gehen. Oha. 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 Hier müssen wir lang. Ich muss das Boot irgendwie hier lang lenken. Und ich weiß nicht wie. Nach oben können wir irgendwie uns runter schwingen. Äh. Eigentlich nicht. Ich will es ja nur da drunter haben. öhm, öhm. Kann man jetzt doch irgendwo hier ran ziehen oder... Wir müssen ein bisschen Unwohl hier direkt neben dem Ding. Dann wie kann man da hoch? Okay, ich wollte es mal demonstrieren. Wie es aussieht, wenn man hier stirbt. Okay, hier gibt es ein Checkpoint. Sag nicht, wir sollen da mit dem Ding da hoch. Das geht ja nicht. Und das wird klappen. Oben lang klettern können wir nicht. Wir müssen irgendwie da hochkommen. Warum schmeckt das nicht wieder rüber? Na, sehr gut. Genius. Okay, jetzt werden wir hier. Ich kann mal nicht hier rüber ziehen. Da habe ich keine Ahnung, wie wir da rüber kommen. Wie es dann weiter geht. Und da drüben könnte man nicht. Wozu sind wir da rüber gegangen? Ändere Seite. So, vielleicht irgendwie der hoch. Wenn wir da näher ran gehen können, könnte man auch, glaube ich, hoch. Okay. Ich muss hier nur noch kurz ziehen. Ich muss jetzt ziehen, während wir hier drauf stehen. Ist nicht denkbar. Okay, vielleicht können wir jetzt, wo es hier ist. Das kann ja nichts werden. Ach du Scheiße, ach du Scheiße! Ich darf dich gerne hochklettern. Das ist zu hoch. Okay, wie kommen wir hier weiter? Wir sollen wohl hier bleiben. Vielleicht könnten wir das Ding ziehen, wenn es hier wäre. Aber wie kommen wir rüber ohne das Boot? Gar nicht. Was machen wir hier? Wie können wir es nun so festhalten? Nein, nein! Es ist zu sowas noch zu uns zweckend. Ich versteh es nicht. Wenn wir mal das Boot bewegen könnten, wären wir da draufstehen. Nein, nein. Genau. Ich vorbei. Oh mein Gott. Ich versuche es mal. Oh, als ob, nein, wie, wir waren schon drüben. Ficken wir mal jetzt hier die Sache nutzen, um hier rüber zu schwimmen. Ich muss das nur noch irgendwie hinkriegen, dass das hier nicht so weit zu uns stimmt. Könnten wir das schaffen, dann wären wir praktisch... Da können wir niemals rüber. Wie sollen wir mit dem Ding durch die Spitzen und durch das ist... Dann gehen wir weiter... Ein sehr gewachter Sprung wäre das... Dann kommen wir irgendwie hier hoch... Das wäre ein Versuch für uns. Dass wir das Zeitpunkt dann da hochklettern können. Dann gehen wir weiter... Dann gehen wir weiter... Ja, das wäre das... So rüpfen können wir doch nicht. Das ist absolut unmöglich, dass wir es schaffen, aber... ...das Ding zerschießen... ...nö... ...das Geräusch... ...oh oh... ...und wir sind eh verloren, aber... ...und das hier verkacken... ...ich weiß wirklich nichts... ...was treiben wir überhaupt hier? ...wird man nicht das Schiff finden? Das Gitter ging mir hier nicht durch... ...und was... ...und was irgendwie schaffen... ...das Ding hier so auf die Linie zu ziehen... Und dann dort's drüben direkt hin, zur sicherheit. Oh nein! So knapp. So nah und doch so fern. Danke zu Gott. Ich wundere mich, warum wir hier nicht... Hier kann man nicht durch. Hier kann man das Boot nicht durch meine Manövrieren. Vielleicht so. Da wären wir schon ganz schön dicht dran, da wir hin wollen. Wir kommen hier nicht hoch. Warum kommen wir hier nicht hoch? Ist doch vergebens. Wir müssen doch eigentlich auf das Ding klettern. Was treiben wir eigentlich hier? Ich weiß es nicht. Na sehr gut. Na ja, Spitzenklasse. Hier einmal drehen, dass das möglichst... Wir müssen heute irgendwie um die Ecke springen. Ich glaub das ist noch ziemlich weit. Als ob... Nein! Wir waren drauf. Mit einem Fuß schon auf der Plattform. Das Spiel wollte ich nicht. Ich glaub ich bin echt auf der falschen Schwerte. Ich weiß es auch nicht, ob wir da rüber kommen. Okay, das zählt. Jetzt könnte das doch... Oh... Was wenn wir... Okay, das bringt nichts. Das Schiff mit... Mit Bomben... Mit Regen... Und hier kommen wir nicht hoch. Also der Versuch da hochzuklettern ist auch... Irgendwie nicht wahr. Okay, zu irgendeinem Zwecke müssen wir doch hier rüber gekommen sein. Ein Brandpfeiler... Hier können wir Fackeln entzünden. Wir haben einen Pfeil. Das können wir damit nicht tun. Ich hab nicht. Wir haben keine Idee. Ich hab nicht. Wir haben keine Idee. Wofür? Ich glaub wir sind irgendwo falsch abgebogen. Magnezin abstrusen Tempel. Ich hab mir exaktes Ziel aus den Orgen verloren. Ich werd wieder gehen. Wofür? Oh... Nein. Da drunter musst du hin. Das ist unser Ziel. Was wir hier treiben Ich weiß es nicht Vielleicht kommen wir später nochmal wieder Da müssen wir lang Scheint mir richtig Witzwanker Das ist zu weit weg Da kommen wir doch niemals drüber Okay, ich nehme alles zurück Ob das Gegenteil Nichts wertvolles drin Ich habe das Gefühl, hier waren wir schon mal Ich habe das Gefühl, hier sind wir schon mal Untertitelung des ZDF, 2020